Der Turm schon wieder und wir bleiben bei Bombe und der Metall oder Seitz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Drei Sterne im Gegnerteam. Im Gegnerteam spielt bestimmt jemand den Vigil mit Bosk, Aycock. Der Turm schon wieder und wir bleiben bei den Vigil mit Bosk. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die machen eine Luke, glaube ich, zu. Ne, Mediencenter. Äh, hier Fischraum, Laternenraum besser gesagt und Geschenkeraum. Keine Frau Frost. Hast du mal die Ausmann auf? Ja. Ach so, ich dachte, der will jetzt, der war, wenn er mal nicht so rumhüpfen würde, der sehr raffiner. Ah, siehs. Damit sie hochgucken können, wo wir reingucken können. Vom Gerüst aus. Die Geländer. Du sollst ja da nicht hochspringen. Du solltest bloß gucken. Jetzt kann jemand Z4 durchschmeißen. Rennst du auch durch den Supermarkt mit dem Hammer und zu Hause alles? Ja. IQ ist schon unten. Ja, Leute, ihr müsst jetzt auf mich warten. Ich hab keinen Schärfer. Oh, was? Hier ist eine Mine oben. Klar. Hm. Ich schau das. Da ist noch einer. Blöss Gemüse. Ich muss nachladen. Wartet auf mich. Nicht scheiß das. Jo. Wieso geht IQ nach ganz unten? Man fängt von klein an. Geh einfach rein in den Schärfluss. Musst ihn schon vorbeibringen, wenn du nicht haben willst. Wo? Einen. Habs. Ich hole mal den Entschärfer. Die ist tot. Ich geh mal von der anderen Seite ran, Hockey. Nein. Nein, Alter. Das kann doch nicht sein, Mann. Schaff Gott noch mal. Mist, Dreck. Siehst du die Löcher da nicht, Anna? Nee. Du hast doch da hingeguckt. Eigener Druck neutralisiert. Hab da vorbeiguckt beim Kamera kaputt machen. Ja, dann guckt man doch mal. Ja, ich dachte, es kommt hinter mir an. Könnte auch sein. Ja, aber du hättest doch vorher mal da durchgucken können. Ja. Ja, dann guckt man doch mal da durchgucken. Ja. 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 Das macht er nicht. Ja. 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ach, nö. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Da hat man das Gemüse, oder? Noch fünf Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Die ging auch noch runter. Wir mussten schon mit. Ä, 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 ä. Der Schafer ist jetzt gesichert. Mäau. Vorsicht vor, hier sind wir in oben. Die Lücken sind noch zu. Ein angeschossen. Am Geschenkeladen hockt jemand, Jäger. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Habe ich ihn ja doch wieder. Du wolltest es so. 1,50. Der Schafer fallen gelassen. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ach. Liegt oben der Entschärfer, Horker, auf der Plattform. Minen schmeißt der hoch. Ja, ich... Nee, der hat's ja nicht hoch. Ist ein Hologram, oder? Irgendwas liegt beim Entschärfer, was elektronisch ist. Vielleicht eine Elamine. Es sind ja zwei. Tschüss, Jäger. Nein! Drohne weg. Was? Aus mit VoiceOver. Manchmal kommen ja vernünftige Sachen an, aber... Ja, meistens nervt es aber. Battlefield 4 hat da ganz schlimme Erfahrungen gebracht. Vogelzimmer. Ja, da brauchst du ja kein Zuhören, das ist ja... Irgendwas auch. Die Bomben sichern. Ja, hol ich mir später. Liegt aber schön mit dich im Raum. Aber erst mal Restaurant. Wenn da offen ist, ist es klar... Popo. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Der Angriff bereit machen. Zehn Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Was? Ich hab mich nicht bewegt. Was? Ich hab mich nicht bewegt, du... Oh, was denn? Der geht vor meinem Fenster. Du warst ja nicht am Fenster. Du warst ja nicht am Fenster. Ja, aber ich war halt direkt am Fenster und da kommt nochmal. Und das ist ja nicht am Fenster. Ich hab mich nicht am Fenster. Ich hab mich nicht am Fenster. Ich hab mich nicht am Fenster. Nö, der ist schon direkt neben mir der Arsch. Jackal. Vor B. Pappwand. Zeigetre und Halb considering das nicht. Schaubendreher. Ich hab mich bei den besten Augen gesammelt. Bei welchen besten Augen bist du, Hawkeye? Bei deinem. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Trupp Siegreich. Alle Gegner eliminiert. Schöne mir da dort. Das war's für heute. Die Bomben schützen. Ich setze meinen Trumpf ein. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Die Bombe ist in Gefahr. Entsprechend planen. Fünf Sekunden noch. Die Bombe vom Gegner entdeckt. Feindliche Drohne zum Scannen unterreden. Ich werfe den Kröder. Mein böses Auge passt auf euch auf. Mein böses Auge knüpft sich ein paar Stronsos vor. Ja, Karl, hab ich. Das ist gut. Karl, die hab ich auch gesehen. Da ist jemand. Das ist, äh, Twitch. Hot markiert oben. Letzter verbleibender Gegner. Das war Twitch. Ich hab' einen Fuse-LMG, oder? Ich bin hier mit Pistolen da rum. Nee. Nee, das ist Black hier. Ist das Schwarz? Ja. Nee, Nomad. Stimmt. Nomad, Nomad. Das... Von Schwarz war das Kantiger. Äh, okay. Shut up, Kid. Klar, ich kann die, ja, ja, alles klar. Ein geneigtes Hologramm. Matschball nach 0-2. Mach da wenigstens den einen Typen, der dich immer nervt, leise. Oder war das ein anderer? Von hier aus Freundschaftsanfrage senden. Das ist ja immer interessant, dass wir jetzt wechseln. Sonst war's immer... Wir bleiben dann bei der Runde. Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Gleiche Position wie wir, oder nicht? Restaurant. Nee, 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 nee. Dann oben hier Laternenraum, Geschenke, oder? Ja, Geschenkelaternen. Ey, das Stacheldraht hast du bis hier runter. Twitch-Drohne jetzt, da schießt unsere Drohnen auch gut. Ja. Die haben Rekruten. Hast du das, Serafina? Die da getroffen haben? Ich bin in den Einsatz in 10 Sekunden. Nee, du... Okay. Von der Twitch-Drohne, ja. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Nämlich. Das war wirklich schnell. Oh, nee, Rekruten. Nee, noch nicht. Schafft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Oh mein Gott, ey. Der Drohnen zerschießen. Muss ich mal rausschmeißen, oder? Ist der die ganze Zeit rumgeschrien hat? Der Yoka twitch auf jeden Fall. Jaku oder so. Kann leider auch nicht voten. Nee. Kannst den wegen jedem Scheiß anzeigen, aber nicht. abstimmen. Einer ist unter mir mit C4 gewesen. Ich nutze mal, dass Twitch unten ist, damit ich mit runter gehen kann. Ich glaube, dass ich mich gerade abbekriege. Ich lade nach. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Jetzt euer Ernst? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Entschärfer ist online und aktiviert. Schade. Nicht immer drauf los schießen. Ja, guck mal, die schaffen das noch. Ach, jetzt streiten die sich, wer entschärfen darf bestimmt, schätze ich mal. Jawohl, jetzt sind die gleich beide tot, wenn's gut geht, wenn die zugleich schießen. Ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Vielen Dank.